Nein, wo bist du? Keine Ahnung, ich bin irgendwo im Schwarzen In einem Auto Ah! Okay Gleich wieder am rumballern, ey So denn schon So hinten Fahr zum Diamanten Das war knapp, Häschen Du hast durchgehalten Gerade so Wie lange meinst du denn schaffst du's noch? Denn Micky und ich, wir werden uns ganz sicher rächen Warte, vielleicht kann ich irgendwas Na warte Guck mal irgendwo im Himmel, ob du was ziehst Gleich Gleich So, jetzt kannst du das nicht mehr gucken Ja, ich, ich seh, ich seh den Ich seh nix Uh, von vorne Panic, Panic Digga, so kann ich nicht schießen Lern fahren, Mann Lern fahren, Mann Lern fahren, Mann Lern fahren, Mann Ausdruck Weg, weg hier Oh shit Ich weiß gar nicht was du hast, das Auto ist noch ganz Ja, wenn du's reparierst, ist klar. Ich fahre. Nein! Weggeparkt. Ja, gut schon. Hey, da ist ja ein Auto, das gefahren ist. Ich gern's geschütz. Also warte, ich reparier's kurz. Kannst du nicht einsteigen? Nein. Ich versuch's mal auf's andere Seite. Oh nein, 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 nein! Raus, raus, raus! Warum? Deshalb. Er hatte ne Bombe drinne. Mein Charakter wollte einfach nicht einsteigen, weil er wusste, dass das passiert. Irgendwie kannst du das nämlich auch... Äh, verhindern, entschärfen, ich weiß nicht... Was? Oder gibt's das Skill für? Ja, aber dann macht's automatisch. Ja. Ja, ich muss kurz, äh... Ja, das ist ja automatisch. Schifffahren. Ich kann es kaum fassen, Baby-A-Posperity. Äh... Ich glaube, er stirbt auch. Er verbrennt. ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab's verkackt! Was machst du? Ich muss meine Pillen schlucken! Wir haben ein Auto! Wir haben sogar ein Bestes! Ich hab's verkackt! Natürlich liegt er mitten im Flachstum. Ey, du weißt, da drin ist die Bombe. I'm a hero in my hotel, baby. Stop talking, just go down, baby. Solid jolt. Hahaha. 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 Alter. Hahaha. 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 Ugh. Ja, es ist richtig, Rainer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Du wirst nicht glauben, wie schnell die einen auflösen kann. Die Gefangenen heulen von, wenn sie nur mit ihr alles erspielt. Ich glaube, die Wände zum Internet fließt. Von der Vorratsbeschaffung ist die Talent verschwendet. Also Diamanten sind wohl... Ort, wo man relativ viel Geld verdient. Beziehungs, dass es es dazu kriegt. Hallo! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey! Hey! Also nächstes Ziel wäre dann den nächsten Diamanten da. Weil so kommen wir dann auch näher ran zu unseren... ...zwei Spezialisten, die uns noch fehlen für die Hauptbase. Äh... Auto, ich kann's hacken, ich kann's hacken. Nicht nur du. Ich kann schon mal losfahren. Bin zwar noch nicht am Geschütz, aber... ...weil nicht nur noch nur noch! Was machst du denn? Die Kar ist geil! Ich hab ihn. Das ist wieder ein Mammut-Visor. Ding. Momentiertes. Ich seh's nicht mehr. In den Becken. Das war's.